Jo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal, euer Mann Diego White ist am Start, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen, liebe Patienten und herzlich willkommen, liebe Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal und ich wollte noch mal kurz Danke sagen, danke für den ganzen Support bis hierhin und ich habe für euch eine kleine Überraschung, ihr wisst, viele von euch wissen ja schon, dass ich ein bisschen was am Ball kann, so Ronaldinho-mäßig und ich wollte euch ein Video schenken, ich bin reingesteppt in die Indoor-Soccerhalle und Dr. Matt Diego White hat es sich nicht nehmen lassen, für euch mal so einige Fußballtricks auszupacken und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video und bis bald Freunde. wir können uns erstmaliglich sein und wir lesen oder Hastaiosa Europeanie To the real world. Yes, Servus Adriano, hier ist Dierke White. Was geht in der Favela? In Brasilien, wie ist das Wetter? Ah, okay, nice, nice. Ich komme, ne? Ich steppe jetzt in den Flieger und dann komme ich mal so Samba-mäßig rüber. Und ist der echte Adriano auch da? Der Imperator? Ah, der ist gerade beim Preserve. Okay, alles klar. Ich bin gleich da. Bis dann. Grüßt mir die Twitter-Bubble und ihr wisst Bescheid, ne? Bis gleich, ich bin gleich da. Ciao, ciao.